A2.0. Gegeben ist das Fähig ABCD. Es gilt, ABC ist gleich BC, ist gleich 8 cm, AD sind 3 cm, CBA sind 110 Grad und der Winkel ADB ist 80 Grad. Was man am Anfang schon mal machen kann, ist einfach die gegebenen Größen eintragen. Halt, die wollte ich mit blau. AB sind 8, BC sind 8, AD sind 3. Hier haben wir den Winkel CBA mit 110 Grad. Den ADB kann ich jetzt gerade noch schnell nicht einzeichnen. Weil da mit der Streckenlänge fehlt. Aber hier Aufgabe A2.1. Zeichnen Sie die Strecke BD in die Zeichnung zu A2.0 ein und berechnen Sie so dann das Maß des Winkels CBA und die Länge der Strecke BD und die Teilergebnisse stehen auch da. Also, erster Teil, zeichnen Sie die Strecke BD. Das ist ziemlich einfach, Geodreieck nehmen, BD verbinden. So, einfacher Punkt verdient. Jetzt kann ich hier oben auch den Winkel ADB einzeichnen mit 80 Grad. Nächster Teil. Berechnen Sie zusammen das Maß des Winkels DBA. So, der liegt hier. Den muss ich berechnen. Wie gehe ich vor? Ich schaue mir zuerst das Dreieck an und überlege mir, ist es rechtwinklig, ja, nein. Ich sehe, also ich weiß nur, ob es rechtwinklig ist, deswegen gehe ich davon als nicht rechtwinklig. Damit funktionieren in diesem Dreieck nun den Sinussatz bzw. der Kosinussatz. Wir gehen also in unsere Formelsammlung, finden wir auf Kosinussatz oder Sinussatz auf Seite 8. Habe ich hier unten. Hier habe ich den Sinussatz stehen und hier den Kosinussatz. Für den Kosinussatz bräuchte ich drei Seiten und einen Winkel. Der Winkel ist gesucht, aber ich kenne nur zwei Seiten vom Dreieck. Die dritte Seite ist nicht bekannt, also funktioniert auch der Kosinussatz nicht. Sinussatz brauche ich zwei Seiten und zwei Winkel. Schaue ich es mir an, ich habe einen Winkel gesucht, gegen die überlegene Seite ist bekannt. Und von der anderen Seite ist auch der gegenüberliegende Winkel bekannt. Also Sinussatz funktioniert hier, wir können den problemlos ansetzen. Daraus folgt, für Winkel dBA. Sinus vom Winkel dBA. Ich fange immer mit dem Unbekannten an, weil dann muss ich nachher nicht so viel umformen. Geteilt durch die gegenüberliegende Seite ist gleich die Strecke AD. Und wenn ich beim ersten Teil mit Sinus anfange, muss ich auch im zweiten Teil mit Sinus anfangen. Sinus von Winkel ADB. Durch die gegenüberliegende Strecke, das ist 8. Wir haben den Sinussatz hier in der Formelsammlung. Da steht zwar die Strecke immer oben oder Sinus unten, aber das darf man problemlos umdrehen. Überhaupt kein Thema. So, setzen wir die Größen ein, die wir kennen. Sinus dBA wollen wir ja berechnen. Geteilt durch AD ist gleich 3. Sinus von ADB sind 80. Durch, oh. Ich habe hier schon eingesetzt. Hier wollte ich eine Strecke AB stehen haben. So. Durch 8. So, jetzt muss ich nur hier diese 3 einmal wegbringen. Das heißt, ich multipliziere die Gleichung mit 3. Ich kann sie auch sofort in den Solver eingeben. Dann kriege ich auch das Ergebnis raus. Dann kommt raus, Sinus dBA ist gleich 3 mal Sinus 80. geteilt durch 8. Ja, die 3 einfach in den Zähler reinschreiben und Multiplikation verbinden. Und jetzt muss noch dieses Sinus ausgerechnet werden. Wie gesagt, in den Solver benutzen oder Sinus hoch minus 1. Dann folgt daraus der Winkel dBA. Und ich habe hier die Winkelzeichen vergessen. So, und hier noch eins rein. Jetzt ist gleich Sinus hoch minus 1 von 3 mal Sinus 80 durch 8. So, das kann ich jetzt hier in den ganz normalen Taschenrechner eingeben. Und dann kommen die 21,67 Grad raus. So, da haben wir schon den ersten Winkel. Erste Aufgabe erledigt. Ja, eigentlich schon die zweite in dem Fall. Fehlt noch die letzte. Ich muss die Strecke BD berechnen. So, mache ich mal die überflüssigen Zeichnungen wieder raus. Ich kenne hier den Winkel mit 21,67. Ja, und wie kriege ich jetzt den da oben? Wieder gleiches Spiel. Ich gehe in den Dreieck rein. Es ist nicht rechnenklich, also brauche ich Sinus oder Kosinus Satz. Sinus Satz. Wo kann man sich jetzt tatsächlich aussuchen? Beim Sinus Satz wird man es noch feststellen. Hoppla. Mir fehlt der gegenüberliegende Winkel. Beim Kosinus Satz eigentlich, wenn man es schön ansetzt, auch. Das gilt auch immer beim Kosinus Satz. Ich brauche, also ich habe hier vorne stehen, A² ist gleich, ich mache es immer ein bisschen deutlicher, A² ist gleich B² plus C² minus 2 mal B mal C mal Kosinus Alpha. Also das A² liegt immer gegenüber vom Winkel. Wenn ich jetzt die BD berechnen wollen würde, wäre es sinnvoll, wenn ich den Winkel BAD kenne. Ich könnte es theoretisch aber auch noch anders einsetzen und dann aufpassen, dass es eventuell möglicherweise zwei Lösungen gibt. Also, auch beim Kosinus Satz bräuchte ich jetzt hier unten den Winkel, wie beim Sinus Satz auch. Ist aber überhaupt kein Problem, weil ich kenne ja zwei Winkel im Dreieck schon, 80 Grad und die 21,67 Grad. Deswegen kann ich den hier unten problemlos über die Innenwinkelsumme berechnen. Das mache ich mal schnell. Unten haben wir den Winkel BAD ist gleich 180 Grad minus Winkel ADB minus Winkel DBA. Setzen wir ein, 180 Grad minus 80 Grad minus DBA waren 21,67 Grad. Und das sind dann 78,33 Grad. So, damit ist der Winkel unten bekannt. Wie gesagt, ich kann jetzt Kosinus Satz oder auch wieder einen Sinus Satz benutzen. Nehme ich gerade noch mal den Sinus Satz, weil der, ja, gerade passend war. Ich fange wieder mit meiner unbekannten Seite an. Also, wir wollen BD berechnen. Also, im Sinus Satz fange ich auch mit der unbekannten BD an, geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Das ist der Winkel BAD. Ist gleich. Gehe ich nochmal hoch. Jetzt kann ich es mal aussuchen. Entweder ich nehme die beiden hier, Winkel 80 Grad und gegenüber 8, oder ich kann die 21,67 und die gegenüberliegenden 3 nehmen. Ich nehme die 80 und die 8, weil die 80 ist schöner als die 21,67. Also, Strecke durch gegenüberliegenden Winkel, Sinus von ADB. So, setzen wir ein. BD geteilt durch Sinus von BAD. Das sind die 78,33. Ist gleich. AB waren 8. Und Sinus von 80 Grad. Kann man wieder solberen oder mithilfe einer Umformung lösen. Ja, ich bringe wieder das im Nenner weg, indem ich damit multipliziere. Also mal Sinus 78,33. Und dann folgt daraus BD ist gleich 8 mal Sinus von 78,33 geteilt durch Sinus 80. So, das kann ich jetzt ganz normalen Taschenrechner eingeben. Und dann kommt daraus BD sind 7,96 Zentimeter. Halt. Das habe ich ja schon dran stehen. Gleich 7,96 Zentimeter. Ja, das war glaube ich auch das, was oben in der Lösung drin stand. Hier haben wir BD 7,96 Zentimeter. Ja, passt. Damit sind wir mit der Aufgabe fertig. Nächste Aufgabe.